Hallo und herzlich Willkommen zu VoiceOver Cars zum zweiten Teil vom Reifenspezial. Im ersten Teil, da haben wir euch erzählt, woraus besteht eigentlich so ein Reifen und heute zeigen wir euch, wie wird der Reifen hergestellt. Da ich da persönlich gar keine Ahnung von habe, habe ich mir wieder ein paar Experten vor die Kamera geholt. Wir befinden uns nun im Werk und ich kann euch sagen, so eine Reifenherstellung ist ein richtig komplexes Thema. Deswegen werden wir nur die wichtigsten Schritte kurz beleuchten. Hier stehen wir an der Abwickelstation vom Textilcord-Kalender. Hier wird der Rohcord vorbereitet. Das heißt, es wird ein Spleißgummi angebracht, damit ein Endlosband erstellt werden kann. Hier stehen wir an der Spleißpresse. Hier wird Ballen Anfang und Ballen Ende zusammengespleißt. Das heißt, unter der Spleißpresse, die mit 190 Grad und 200 Bar zusammenfährt, wird durch den Spleißgummi das Material zusammengefügt zu einem Endlosband. Hier sehen wir den Speicher der Anlage. Dieser wird gefüllt, damit während des Spleißvorgangs der Kalender nicht abgestellt werden muss. Das heißt, während des Spleißvorgangs holt der Kalender sich das Material aus dem Speicher. Das hier ist der Trio-Kanter. Dieser wird benötigt, um die vorgefriebene Breite einzustellen. Hier ist die Schaltzentrale des Kalenders. Hier werden alle benötigten Einstellungen vorgenommen. Das heißt, hier wird die Breite und die Dicke des Materials eingestellt. Doch was wird aus dem Endlosband? Das erklärt uns nun Torsten Nüßlein, denn der steht am Quattroplex Extruder. Ja, hallo, hier in der Vorbereitung der Guttier Dunlop. Wir sehen hier das Herstellen eines Wulstes. Der Wulst ist später die Verbindung zwischen Felge und Reifen. Als nächster Schritt ist das Schneiden der Lage. Es ist das Innenleben der Karkasse. Zur zusätzlichen Unterstützung der Karkasse werden Gummistreifen aufgelegt. An dieser Anlage extrudieren wir, das heißt, wir spritzen die Lauffläche endlos. Bei einem neuen Reifen ist somit das einzige, was zu sehen ist, zum Schluss dieses Stück. Schon interessant, wie viele Arbeitsschritte bis jetzt nötig waren. Doch jetzt wird der Reifen endlich rund. Wir sind hier in der Reifenkonfektionierung im sogenannten Reifenaufbau. Hier wird in zwei Stufen aufbauweise gearbeitet. Und zwar wird auf der ersten Stufe die Karkasse gebaut und auf der zweiten Stufe wird die Karkasse mit dem Gürtelpaket verheiratet. Das Gürtelpaket wird aus verschiedenen Schichten Stahlkort, Spiral Overlay und Protektor zusammengesetzt. Und jetzt wird endlich ein richtiger Reifen daraus. Jetzt sind wir in der Reifenvulkanisation. Hier wird der aufgebaute Reifenrolling zu einem Reifenvulkanisiert unter Einfluss von den physikalischen Größen Zeit, Druck und Temperatur. Hier erhält er sein Profil und seine ganzen Eigenschaften, welche ihn so besonders machen. By the way, da arbeiten richtig tolle motivierte Mitarbeiter im Werk. Wusstet ihr eigentlich, dass jeder Reifen anschließend noch einmal von Hand kontrolliert wird? Hier findet eine hundertprozentige Sichtkontrolle statt. Jürgen Becker erklärt uns nun das Final Finishing. Wir befinden uns hier im TU-Bereich. Hier wird die Gleichförmigkeit des Reifens gemessen. Gleichförmigkeit des Reifens bedeutet, dass das Auto letztendlich durch den Reifen nicht nach links bzw. nach rechts fährt, driftet bzw. auch, dass das Lenkrad nicht anfängt zu wackeln. Der Reifen muss rund sein. Auch hier wird jeder Reifen zu 100% TU gemessen. Da will mich, glaube ich, einer auf die Schippe nehmen. Na, war das spannend? Ich glaube schon. Besonders spannend fand ich diese Szene mit dem Reifen, wo dann der so vulkanisiert wurde, wo das auch so gequalmt hat. Beim nächsten Mal, da wird es nicht qualmen, aber da wird es richtig spannend. Denn dann zeigt euch ein Testfahrer von Dunlop-Gottier, wie man so einen Reifen richtig testet. Und wenn ihr euch das interessiert, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Voice Over Cars. Bis dann, euer Jens. Ciao.